Hallo liebe Lego-Freunde, ich bin Holger, der Austrian Brick-Fan aus dem schönen Kärnten in Österreich und heute Lego Marvel Spider-Man, Set Nummer 76280, Spider-Man vs. Sandman Showdown. 347 Teile für 37,99 Euro, erschienen Januar 2024, basiert auf Spider-Man No Way Home, wie wir hier oben auch sehen können. Drei Minifiguren, die sind da unten abgebildet und es stellt eine Szene fast zum Ende des Films, wo dieser große Endkampf auf der Freiheitsstatue stattfindet. Da gibt es ja ein extra Set, Spider-Man Final Battle, das ist jetzt halt nur mal eine detailliertere Szene daraus. Man sieht auch auf dem Bild hinten, dass es sich halt eben immer noch um den Kampf oben auf der Freiheitsstatue handelt. Mit Lizard, Elektro, Spider-Man, drei Minifiguren dabei. Ich bin gespannt, wie es sich bauen lässt, wie es am Ende tatsächlich ausschaut. Viel Vergnügen! Ich bin gespannt, wie es sich bauen lässt, wie es sich bauen lässt, wie es sich bauen lässt. Ich bin gespannt, wie es sich bauen lässt, wie es sich bauen lässt, wie es sich bauen lässt. Ich bin gespannt, wie es sich bauen lässt, wie es sich bauen lässt, wie es sich bauen lässt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.